und damit hallo und jetzt willkommen ich bin Günther P und das hier sind keine Letzte alle weg 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 3 Meter breit auf den Dächer okay ja auch mal weg sind da auf den Lächeln ich geh mal runter das kann ich mal so ihre Waffen können die Fahrzeuge nicht beschädigen ich bin Juri, gar überhaupt eine Hilfe okay das tut doch weh und nice Christ, du hast echt was drauf ja, aber immer doch direkt hinter dir wieso sind die denn jetzt schon schon hier drin ja, ist ja nicht so als ob ich alles hier gemacht hätte was ist das denn ach, das ich dachte schon, das wäre Juri nee, ich bin ja Juri wie heißt der Typ, den wir nochmal retten müssen, der so verletzt ist keine Ahnung es sind blablabla Surgeon blablabla zu Diensten so weg alter, alter wisst euch oh Gott also ich bin gerade stark getroffen ach, da oben nein, ich sag das doch also zum Glück spiele ich nur auf Soldat das war jetzt glaube ich schon längst oh je das war meine eigene also Granatenkill von mein Kumpel und so jeder macht doch erstmal die Tür auf dann können wir doch erstmal helfen oh, jetzt habe ich einen Zivilisten abgeschossen da hinten aber nicht so die ganze habe ich jetzt auch erledigt und zwar zwei sogar synchron top das Price oh nein, der schütze bei mir oh alter kommt erst mal vollgeruckelt hier ein Auto direkt reingecrasht Nikolai zurückbleiben und so schützen naja, ich schütze schon so oh 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 alter okay, ich konnte es auch wegschmeißen nicht die ganzen Pappbecher dafür werdet ihr sterben für die Pappbecher so sagt euch ja, ja chill mal, digal es ist ja nicht so, dass es hier um Leben und Tod geht, ne ich könnte mal respawnen, wenn ich will alter mhm hä von wo moment, kurze Aufnahme und Pause gleiche Welle, gleiche Stelle ich bin wieder back in action und ich bin genau der gleichen Stelle so stehen geblieben so da oben die scheißen einfach der oder der NG-Schütze eben halt auch meinetwegen so, weg, weg, weg wo ist denn jetzt mein Kumpel? wo ist der Preis? Mensch, Mensch wow man äh, war das einer von mir? ja, das war einer von mir okay hä, hä, hä äh, von da unten äh bloody screen äh, ich bin verletzt ich brauche Hilfe ich muss mich hier aufs Sofa liegen äh äh äh, so jetzt geht's aber mal weiter jetzt bin ich wieder topfit alle Kriegshunden wieder geheilt alle Knochen wieder gerade gebrochen und alle äh, Munitionssplitter mal wieder aus dem Körper raus geschnappt gerade mal mit der Zange gemacht alter, noch geht's aber gut, ne? oh oh ich bin verletzt äh, ich bin verletzt das hätte ich niemals erwartet ich dachte, wenn ich 10 Kugeln treffe, dann bin ich noch topfit geh so, weg mit dir ich glaube, von da unten erschießen die mich die ganze Zeit, ne wo denn sonst? hä? hä? ich bin gerade jetzt total verwirrt egal, dann gehe ich einfach mal hier weiter oh ja nein, 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 nein wie viele kommen dann noch, ey immer diese Schlangenformationen, in denen die laufen auch oder so ein Gänsemarsch oh, oh, oh nein, 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 nein weg, weg weg, oh, das ist Price egal, der muss auch sterben nein ach, der lag dann auf dem Boden oh, hätte mir das nicht einer früher sagen können? wo startet der jetzt wieder? ach, hier oben okay, das geht ja noch beziehungsweise weiß ich jetzt auch, dass ich hier unten angehen soll ja, jetzt kommen wir schon wieder zwei dieser Prussis an so, da, 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 alle weg ja, genau trefft mich genau ins Gesicht los los Surgeon oder irgendwie so irgendwas Russisches bestimmt obwohl, die Russen sind ja immer die Gegner, ne? nein, er ist gestorben alter die sind da in dem Haus drin, ey 20.000 Leute will doch da keiner so da oben ist noch einer da war, glaube ich, auch noch einer zeig dich komm, ich schmeiß jetzt einfach mal eine Granate rein aua aua so flash, jetzt sehen die, geht ja nichts jetzt werden sie eiskalt eliminiert wir denken auch immer an die Pappdosen an, wir denken an die Pappdosen oh, scheiße ich muss weg geht immer gerade an die Front die Drohne kommt zurück die Drohne? Welche Drohne? ja, okay auf zum Heli wir brauchen schnell unseren Heli wir müssen hier wegfliegen direkt geradeaus oh oh wir brauchen sofort die Fahrzeugdrohne ja ich weiß ja, ich weiß ich muss natürlich sofort los lang geht geht's dir gut? hallo hallo gar nicht herum babbel, ey ich glaube den Menschen geht's hier nicht ganz so gut oh, der hier gibt's ja auch ein Faceporn ah, meine rechte Seite tut weh ah hey sie versperren mir den Weg hallo ich bin eine Elite-Solder sie versperren mir den Weg sie versperren mir den Weg ich geh gleich durch sie hindurch aber ich bring dir mal lieber nicht um bam die mir einen guten Action-Film hm hätte er länger gebraucht, wäre er tot nicht Johnny dafür werdet ihr sterben da muss ich lang ach Punkt-Shot, Junge wo denn? ach, da wahrscheinlich oh oh ich will da erst rein hey wo ist die Drohne? wo ist die Drohne? ich nicht? ah hier oder im Karton ja ich will die auch aufbekommen ah, du hast ja auch ein Brecheisen das war ja auch unfair ich hätte nur ein Messer 2 cm dicke Panzerung Minigang von Karnatwerfer cool die Steuerung ist auf Russisch dein Job, Yuri was? ich bin Russe? ähm Yuri, an die Steuerung ja, wo ist die Steuerung? da sagt mir das doch früher, ey sehr schlecht wir müssen ihn hier rausbringen oh, wir wissen so viel rausbringen ey wir sind direkt hinter dir okay die Minigang durch